Im Herbst habe ich Freunde von mir in der Nähe von Aarau besucht. Auf der Heifahrt musste ich in Aarau knapp 20 Minuten warten. Und gefühlt kam mir das wie eine halbe Stunde vor. Es war so um die 11 Uhr am Abend und ich hatte ein ganzes Wartenhäuschen für mich allein. Während ich also gewartet habe, sind immer wieder die Züge vorbeigefahren. Manche ohne zu halten, manche Hände angehalten. Leute sind ein- und ausgestiegen und ich musste einfach immer noch warten. Ein bisschen komisch kam es mir manchmal schon vor. Und mir kam es in den Sinn, dass ich mich manchmal im Leben auch so fühle. Klar, ich habe einen Job, den ich gerne mache, eine gute Familie und gute Freunde. Aber manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, bei mir geht es nicht vorwärts. Es läuft zwar einiges und ich habe auch genug zu tun. Aber trotzdem komme ich nicht vom Fleck. Es bleibt stehen. Und die Leben der anderen sehen von aussen immer so viel Bewegter aus, wie sie da in den Zug ein- und aussteigen. Die meisten mit einem klaren Ziel vor Augen. Manchmal sind es nicht einmal die anderen, sondern einfach das Bewusstwerden, wie die Zeit vorbeigeht, ja sogar regelrecht rast. Und ich frage mich dann, was mache ich mit meiner Zeit? Es ist ab und zu gut, ja sogar heilsam, solche Zeiten vom Warten und ja auch vom Stillstand zu haben. Es erinnert uns daran, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Aber es hat mich auch daran erinnert, dass mein Leben, mein Sein, nicht einfach nur wertvoll ist, wenn es läuft. Sondern mein Sein ist auch im Stillstand genau gleich viel wert, wie bei denen, die es läuft und unterwegs sind. Und scheinbar niemand warten oder nie einen Stillstand erleben. Die Zeiten des Wartens und des Stillstands können auch produktiv sein. Entweder weil unsere Pause neue Kraft und Ruhe gibt. Oder auch weil diese Zeiten unseren Blick auf uns selber und auf unser Leben lenken. An diesem Abend in Aarau habe ich die Zeit gebraucht, um mir Gedanken zu machen, was ich hier im Grüss Gott erzählen will. Dann habe ich aber auch über Lieder, die mir etwas bedeutend nachgedacht. Den Abend, den ich erlebt habe, noch einmal Revue passieren lassen. Und bin einfach etwas zur Ruhe gekommen. Ich wünsche dir, dass du deine nächsten unfreiwilligen Pausen auch gut nutzen kannst. Wer weiss, vielleicht geht dir dabei ja ein Licht auf.